Ah, das ist jetzt Ihr Hausfreund. Bitte. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Frau Jansen. Entschuldigen Sie die späte Störung. Das ist Herr Lohfink, ein Bewährungshelfer des ambulanten Justizsozialdienst. Er ist hier, um sich einen Eindruck von Ihrer Arbeit zu machen. Ach so. Sehr erfolgt. Das ist gerade ganz schlecht, weil Frau Jansen und ich wollten baden gehen. Also, Sie wollte baden und ich sollte... Georg, bitte. Ja, dann muss das vielleicht fünf Minuten warten. Richtig. Ich bin von meinem Münchner Kollegen beauftragt, Sie zu überprüfen. Ich bin mit der Arbeit, die Herr Lichtenhagen leistet, sehr zufrieden. Er ist mir eine große Hilfe. Sagen Sie, ist das Maria Johanna? Sind Sie komplett bescheuert? Wollen Sie ins Gefährnis? Ist das Ihrer? Nein. Das ist mein Joint. Das ist mein Joint.